Ich habe es geschafft. Ich bin in Thessaloniki angekommen. Ein Kumpel hat mich abgeholt. Wir haben uns am Flughafen getroffen mit den Autos. Er hat eine Wohnung hier, kann ich übernachten. Und damit wird heute Abend erst mal Thessaloniki angeschaut, was leckeres geht, ok? Ja, und dann geht es weiter. Einmal quer durch Griechenland. Das kommt in der nächsten Folge. Mein Name ist Jens und das ist mein kleiner Lader. Herzlich Willkommen zu My Next Level Adventures. Der kleine Lader Wim und ich sind gerade unterwegs auf dem Landweg von Armenien nach Deutschland. Wir genießen unseren Roadtrip und das Beste daran ist, die Reise hat gerade erst begonnen. Lass uns gemeinsam die folgenden Länder wie Armenien und Georgien und die dann noch auf der Reiseroute liegen erkunden. Abonniert den Kanal oder folgt uns im Internet. Let's start the next level adventures. Angekommen in Thessaloniki. Ja, ich wohne bei einem Kumpel und wir sind jetzt nach Pereyas gefahren. Das liegt zehn Kilometer vor Thessaloniki. Man kann das hier im Hintergrund sehen. Ab und an fliegt da mal ein Flugzeug ein am Flughafen. Der liegt praktisch dazwischen. Und wir trinken jetzt mal schön in Ruhe einen Kaffee. Und heute Abend geht es noch lecker Fisch essen, bevor es morgen dann nach Igomenica weitergeht. Auf dem kleinen Roadtrip, ja relativ schnell durch Griechenland. Also Kaffee trinken. Das Schöne ist, direkt vom Bierchen am Strand geht es weiter zum Fisch essen und das Eau d'oeuvre ist schon angerichtet. Und der Fisch, der wird ein kleiner Haiartig sein, hat keine Gräten und bin gespannt, wie der schmecken wird und wie der aussehen wird. Also, ich lasse es mir jetzt schon mal schmecken, bis der Fisch kommt. So, die Kurzemures oder so ähnlich, die haben Gräten und die Haiart, die kommt dann gleich. Aber, die Pommes sind gut, Tzatziki ist lecker. Mh. Mh. Ja. Der Kühl ist auch so. Mh. Mh. Auf alle Fälle wird sich die Katze, die hier umher streuen, freuen, die wird dann noch was abkriegen und dieser Fisch hier, ich hebe den nochmal hoch, das ist der Blaubeerfisch, so heiß. Ich bin gespannt, ob er nach Blaubeeren schmeckt. Oh ja, sehr lecker. Panos, schlag zu. Oh, der ist lecker. Und jetzt kommt der große Fisch. Das ist jetzt der Fisch ohne Gräten, der eine Hai-Art ist. Ja, in Hamburg. Na, so. Sieht ja auch so ein bisschen nach Hai aus. Dann lassen wir uns das jetzt mal schmecken, der Blaubeerfisch. Aber er geht gut ab, die Gräten, und hat ganz weißes Fleisch. Mh. 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 Der ist echt gut, der Blaubeerfisch. Kann ich nur empfehlen. Also, ich lasse es mir jetzt schmecken. Ihr habt den Tisch gesehen, voll gedeckt. Und danach trennen wir uns nochmal mit meinem anderen Freund zusammen. Und dann trinken wir noch ein Bierchen an der Promenade. Und dann geht's ins Bett, denn morgen früh um sechs geht er wecker. Und dann geht es direkt nach Igomenica. Und dann mal sehen, ob es abends noch weiter geht. Nach Ancona, nach Italien. Also, ich lasse es mir jetzt schmecken. Mh. 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 Untertitelung. BR 2018